Boah, das sieht geil aus da. Da will ich langdüsen. Bei nem Auto. Äh, was ist das hier? Sollte ich? Ich will nochmal in den anderen Stock gehen. Und da ist ein Macker. Oh, fuck. Fuck. Klappe! Okay, ich bin gleich tot. Schnell, Aufzug! Bring mich nach oben! Hier besser? Oh, danke. Oh, hier viel besser. Oh, viel, viel besser. Ja? Was willst du? Was willst du? Ja, Hallöchen. Ach, hätte ich dich hiermit abschießen müssen? Oder? Ach, war das... Wahrscheinlich war das ein Kumpel. Und da ist ein Feuer. Ist das vielleicht das Feuer, was gemein war? Aber ich muss jetzt erstmal wieder da runter, ne? Na gut. Ah, kleine Bitch! Hier wollen wir noch mehr. So, weil ich mich hier einahre. Na gut, dann nicht. So, aber erstmal gucken, was uns da vorne erwartet. Da bin ich erstmal ja ganz gespannt drauf. Teleportiert er uns dann weg, oder was? Dann teleportieren wir mich mal. Not your Ernst. Kanone. Traktorstrahl. Zustand Außenhülle. Traktorstrahl. Their fires will guide you. Watch for them. So. Brauche ich das irgendwo zu? Ich zeige hier so einen Traktorstrahl und weiß nicht, was ich damit machen soll. Ach, vielleicht versperrt das den Weg. Mal gucken. Erstmal hier draufschmeißen. Oder daneben. Nein. Na egal. Wieso kann ich jetzt hier durch, oder was? Ne, aber hier landen. Ah, okay. Aber das Feuer leitet mich. Das heißt, ich muss so oder so da landen. Was da oben ist und was ich gerade wegräumt habe, keinen Plan. What? Hallo? 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 Ich mag das. Das macht Spaß. So, damit könnte ich den Alarm einschalten, was sehr idiotisch wäre. Werde mit. Wandgang. Perfekt. Ui. So, gib mir mal ein bisschen Energie. Scotty. So. Wo muss ich lang? An der Wand lang. Ich vergaß. Boah, das wird jetzt aber auch kalt draußen. Müsste er doch zugeben. Total zu where or ever. Ach, jetzt habe ich das aktiviert. Da kann ich jetzt rein. Kann ich zurück noch? Oder komme ich hiermit zurück? Hier bin ich nur hier unten wieder. Von hinten ist es nichts. Also, es war einfach nur ein stiller Weg runter. Perfekt. Das heißt, ich kann jetzt wieder durch, oder was? Was war das? Oh, what the fuck. Lass mich raten. Das ging jetzt eine epische Schacht. Ich schätze mal, das war jetzt nicht so gedacht. So, nochmal einen blauen. Genau. Du noch. Perfekt. Oh, komm schon. Das ist schwer. Oder ich bin einfach zu inkompetent. Vielleicht muss ich auch irgendwas mit diesen Traktorstrahlen machen. Vielleicht muss ich dann mit Farmen gehen. Wegen Traktor. Ach, die Sache ist einfach nicht rumfahren dabei. Interessant. Perfekt. So. Dann sind wir jetzt hier durch. Nahrung suchen. Nahrung suchen. Primärmagen. Nahrung. Nahrung. What the fuck. Warm. Ja. Herrlich. Ganz ehrlich, das ist irgendwie voll die Bosswaffe. Wozu eine andere, wenn man schon die hat? Aber hier will ich noch nicht lang. Erstmal muss ich gucken, was hier ist. Eine zur Tür. Das heißt, wir müssen hier lang. Mach mal auf. Ah, können wir jetzt hier gleich rumfliegen? Was sagt das Schild? Ah, übersetzt mal. Oder nicht? Blöder Vogel. So. Dann sack mal an. Was geht jetzt hier ab? Runter? Hoch? Erstmal hier gucken. Aha. Hier können wir nämlich auch wieder landen. Tür können wir nicht durch. Na gut. Aber ich will jetzt da oben lang. Scheiße. Scheiße. Lass mich raten, dass es nicht ganz so gut wäre, wenn wir dieses Ding hier berühren. Oh, geht's hier raus. Freiheit. Ja. Gott. Oh, nice. Erde. Nice. Mond. Ah, hübsch hier. Hätte gegen es. Ich glaube, ich versesse meinen zweiten Wohnsitz nach hier. Wait, what? Hier lang. Ich denke, ich gehe hier lang. Wo bin ich hier? Was bringt das hier zu sein? Ich tippe mal auf. Das bringt mir gar nichts. Fliegen wir nochmal gemütlich weiter, ne? Einfach mal voll durchdrücken hier. Hä? Hä? Dreh dich mal. Da komme ich ja nicht lang. Ich bin ja jetzt so... Äh... Quasi... Eingesperrt. Ach so, oder muss ich hier irgendwas... Ach, vielleicht muss ich das mit dem Trakt... Äh... Mit dem Traktorenstrahl hier machen. Das Ding hier einmal rumdrehen. Oder das da... Ich bin verwirrt. Um ehrlich zu sein. Hä? Hat man mich jetzt hier verarscht und ich bin wieder im Spielfehler? Was ist das Spiel so scheiße? Oder wenn ich sterbe, dann müsste ich doch wieder an der gleichen Stelle sein, ne? Ah, jetzt geht hier was auf. Ah, so ein Loser. Kann ich hier landen? Ja, ich kann hier rumfliegen. Sag mal, was willst du? Sag mal, was willst du? Hier kann ich gerade übrigens kein E drücken. Ist mir gerade aufgefallen, soeben. Waffen. Da kann ich anlegen. Interessant. What? 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 Fuck. So. Toll, das hat er jetzt echt gebracht. Meine Hände schlafen ein und meine Finger frieren. Da. Da. Und da. Und da. Und da. Lauf, 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 lauf. What? Ich würde mich eigentlich erst mal lieber gerne verstecken hier. Ich habe doch noch Elektroshock-Money fällt mir gerade ein. Warum nicht einfach mal... So. Der wollte sich anschleichen und mich von hinten erschrecken. Ich würde sagen, oh Gott, ist das niedlich. Ich würde sagen, oh Gott, ist das niedlich.